Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Ja, in der letzten Folge haben wir eine ganze Menge Leute getötet und haben keinerlei Reue dafür. Ist ja auch egal. Und haben auch Nuttlers Wien abgeschlossen. Wir kommen jetzt hier unten hin. Mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Ich bin echt gespannt, wie lange das Spiel noch gehen wird. Denn wir sind definitiv Richtung Finale, das sollte klar sein. Ich glaube, ein bisschen geht das hier noch. Ja. Und daher mal gucken. Die große Pyramide. Okay. Na, meinetwegen. Hm. Wenn wir schon Munition kriegen, dann heißt das, irgendwas Böses wartet auf uns. Irgendwas. Von Grund auf Böses. Irgendwas hängt in meinem Hals fest. Das ist gerade ziemlich eklig. Wenn so eine Musik kommt, heißt das schon, dass irgendwo wieder was Böses lauert. Das ist scheinbar eine Tür. Vielleicht wird hier sogar noch von Sinn sein. Woo. Oh Gott. Oh Gott. Krass, dass ich hier so rüber balancieren kann. Ah. Lava. Wer findet so einen Scheiß? Wo? Achso. Ey, ich denke immer wieder, dass irgendwas mit dem Sound kaputt ist. Ich glaube, ich muss nur irgendwie die Sounddatei neu laden. Keine Ahnung. Die Sounddatei neu laden. Also irgendwie wird ein neuer Sound abgespielt. Das bricht dann immer so komisch ab. Ja. 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 Äh. Ah. Oh. Okay. Hallöchen. Ah. Na, ist ja. Herz aller liebst, ey. Aua. Hier, komm, nehmen wir mal. Brrrr. Na, weh. Ich habe gehört, springen hilft gegen sterben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Boah, was ist das denn jetzt hier? Jo. Wow. Krasse Kamerafahrt. Was war das denn jetzt schon wieder? Meine Fresse. Das ist doch schon wieder unnötig. Mann, ich wollte... Das war jetzt unsportlich, doch. Och, maaann. Ich bin zu dumm, diesen Quicktime-Scheiß hinzukriegen. Das finde ich aber frech, doch. Irgendwie ist das hier auch ein ganz anderes Viech. Aua. Der hält irgendwie mehr aus. Braucht großes Kaliber hier. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam. Das war jetzt irgendwie unnötig, weil das völlig verschwendete Munition dadurch war. Bams. So macht man das. Wo ich auf einmal diesen Skill hier habe. Ich habe keine Ahnung. War wahrscheinlich eher Glück. Ich sehe schon. Da bricht gleich noch was Lustiges aus. Nicht wahr? Komm raus, ihr Scheißviecher. Ich kriege euch alle platt. Ich habe Angst. Okay, äh. Ah. Wusste ich es doch, dass ihr noch was aufgeht. Haha. Ich habe es prophezeit. Habe ich doch gesagt. Schaut mal vor, ich fall jetzt hier einfach runter. Aus Versehen, dann sterbe ich. Dann darf ich den Team nochmal besiegen. Das wäre witzig. Jetzt kommen sie. Hallo. Kollegen. Alter. Ich bin doch gerade irgendwie. Irgendwie ein bisschen zu dämlich. Egal. Ich hätte gerne mal wieder einen Checkpoint. Oder so ähnlich. Hm. Irgendwie war es schon länger keiner mehr. Kann das sein? Oder irre ich mich da jetzt? Wuhu. Wuhu. Ach, die Moves, die man hier machen kann, sind schon cool. Irgendwie juckt man ganzer Kopf. Ich habe den Kopf gerade. Ah. So. Muss ja auch mal sein. Ein bisschen kratzen. Hm. Aha. Okay. Piu. 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 Äh. Okay. Ich wollte gerade springen. Ich habe A schon bereit gehalten. So, was war der Quatsch da? Wenn ich mal fragen darf. Piu. Ähm. Jetzt kann ich aufnehmen. Ähm. Ah. Ach so. Okay. I see. So. Okay. Habe ich wohl verstanden. Oh. Fährt das ein? Ne, doch nicht. Ich dachte gerade. Oh. Das muss man jetzt die ganze Zeit so machen. Oh fuck. Hm. Erstmal. Äh. Erstmal Typen besiegen. Um mich mal den Wechsel necken lassen. Hier scha- Mann. Ich will doch mal gerade springen. Das ist so ätzend. Das war jetzt natürlich ein bisschen dämlich, dass ich da jetzt- Oh. Guck mal vor reingucken gerade in die Textur. Also, weil es ein bisschen dämlich von mir, dass ich das in der letzten- Äh, nicht an der letzten Kante gemacht hab. Aber hat ja irgendwie funktioniert. So, jetzt bin ich nicht so dämlich. Passt mal auf. Jetzt mach ich das nämlich richtig. Biu, 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 biu. Und ich hol gleich mal mein dickes Kaliber raus. Nehmen wir die mal. Alter. Ich hab auch Angst, dass ich hier aus der Seen runterspringe dann irgendwie. Was dann vielleicht auch nicht so ganz der Sinn der Sache ist. Ach, Leute, das fährt doch wieder ein, sehe ich gerade. Wie hab ich denn das jetzt zu verstehen? Oh, ne, das war falsch. Äh. Och, nö. Äh, hä? Wird's recht denn da lang, wenn ich mal fragen darf? Ah, ach so. Ach so. Oh. Ey, ich hab nicht so viel Schaden gekriegt. War ich noch gesprochen? Das war unsportlich. Ich seh jetzt wieder, wie ich ein neues Wort entdecke für mich. Und das jetzt... ...wieder viel zu inflationär benutzen werde, bis es irgendwann nicht mehr lustig ist. Was heißt lustig? Lustig ist sowieso nicht. Unsportlich. Äh, nein! Ich weiß doch, dass ich unsportlich bin. Mann. So, dat wollte ich. Ja. Ah. Ja. Ja. Das war jetzt wieder minimal unnötig. Ach so. Hä? Ach so. Oh. Ich muss dann umdrehen. Das geht aber. Das ist durchaus machbar. Wahrscheinlich hat man hier... ...ein bisschen fairere Zeit, damit man da auch irgendwie mal rumkommt. Äh. Hä? Gut, ich wusste nicht, wo ich dann hin sollte, wenn ich ehrlich bin. Ah, ich hab nicht gesehen. Da, 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 da oben. Warte mal. Ah, da fährt auch einer raus. Okay. Na dann ergibt ja... ...alles einen Sinn. Oh. Da bin ich mit dir runtergefallen. Das war ärgerlich. So. Mal eben eine kurze Unterbrechung. Jetzt geht's aber weiter. Mit lustigen, lustigen... Oh. Typen. Meine... Alter. Leute, ernsthaft. Mann, wieso bin ich so dumm? Ich bin so... Äh. Ja. Äh. Hab ich verdient. Hab ich nur verdient. Ich sollte einfach nicht springen. Vielleicht funktioniert's ja. Meine Fresse, ey. So. Okay. Wie machen wir das jetzt? So. Um... Da ist doch schon wieder... Ätzend. Wenn der einfach wieder stehen bleibt. Die Olle. So. Mann, wieso? Du sollst doch weiter. Ach. Ist das ätzend. Äh. Okay. Buh. Brauchst nicht abspringen. Warum auch? Oh. Jetzt muss ich schon wieder... ... dieser Typen besiegen. Das nervt doch. Wow. Ich hab dich nicht da oben getroffen. Hammer. Nein. Oh. Och. Ach. Es ist ein ätzender Abschnitt. Das ist ja unglaublich. Aua. Boah. Loll. Da bin ich etwas höher geflogen. Äh. Yo. Ich bin runtergerutscht. Runterge... ...ge... ...gefallen. Also... Runtergestolpert. So. Das war das Wort. Was ich gesucht hab. Mann. Jetzt hat mich wieder kein anvisiert. Was ist das denn schon wieder? Mann. Ja. Ah. Oh. Das ist so arschig, ey. Das ist unglaublich. Meine Fresse. Ah. So. Bitte umdrehen. Da ran. Rum. Abspringen. Abspringen. Ran. Jawoll. So wollte ich das sehen. Checkpoint. Dankeschön. Dankeschön. Ähm. Wie weit geht das noch? Oh weia. Na. Ob wir in diesem Part hier noch komplett hochkommen? Kannst du dir im Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch keiner abantworten. Cooler Move. Mann. Cooler Move, würde ich sagen. Okay. Äh. erst mal Herr der Lage werden. Alles klar. Es ist. Easy going. Ich wollte springen. Ich bin zu spät gesprungen. Oh. Oh. Aua. Oh. Ach man ey. Hallo. Dann passiert nämlich das, wenn ich springe. Dann schläf ich auf die Art und Weise. Und das ist kacke. So. Spring. Oh. Meine Fresse. So. Der war doch gar nicht so schwer wie der eben. Hä? Aber es hört nicht auf. Hey. Was sind die letzten zwei? Ne. Die letzten drei. Äh. Aber da haben wir es. Hallo. Seid ihr auch schon wieder da? Wow. Ich hab die gerade beide einfach so gekillt. Wow. Ich bin ja richtig krass heute. Was wollen wir? Was wollen wir denn überhaupt machen? Okay. Easy. Achso. Da rauf. Oh. Das hab ich nicht gesehen. Haha. Aber funktioniert. Lel. Na gut. Dann beschwere ich mich mal nicht. Ha. Wir sind oben. Na wunderbar. Was geht noch höher scheinbar? Ja. Aber hoffentlich auf anderem Wege. Huh. Oh. Stacheln. Oh. Da war was. Aha. Aha. Toll. Hard. Bipipipiu. Ah. Mist. Naja. Hat sich gelohnt. Ich hab mich. Oh. Das war. Wow. Okay. Da war ich jetzt voll und ganz selber dran schuld. Da hab ich mich nicht getraut einfach los zu gehen. Hihi. Leben farben. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Das wird jetzt wieder. Wunderbar. Natürlich verlockend, dass du dann schon früher losrennen willst. Haha. Habt das gesehen? Das macht jetzt keinen großen Unterschied. Wenn ich ehrlich bin. Okay. Dankeschön. So. Bin ich jetzt hier oben? Sag's. Zwei Kontrollpunkte nach. Okay. Moment. Hier war auch einer. Ding ding. Ein schwerer Abschnitt, der nochmal gespeichert werden sollte. Ich bin wieder lustig heute. Ich merk schon. Oh. Mann. So. Ich würde meinen Schrott zieh wieder raus. Kannst du mal glauben, ey. Ha. Oh. Oh. Das ist aber dreckig jetzt. Da bin ich jetzt aber nach Scheiße gelandet hier. Drei von den Typen. Oh. Noll. Was zum Teufel? Das ist nicht gut. Ich hab meine dicken Knarren gar nicht mehr. Meine, 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 meine Diegels. Bam. Bam. Hihi. Der andere ist noch nicht da. Oder die anderen. Och. Ganz ehrlich. Ganz ruhig. Oh. Vielleicht der nächste an. So. Machen wir dann deinen coolen Move hier. Oder auch nicht. Muss ja nicht. Äh. Was? Zum Teufel. Das macht mir jetzt aber Angst. Das macht mir jetzt bestimmt selber Schaden, wenn ich schieße, wa? Na, das sieht ja mal selten dämlich aus. Na gut. Treffen wir unser eigenes Ich. Ist immer wieder gern gesehen. Was bringt das denn hier, wenn ich das drehe? Aha. Na, ist ja schön. Ach so. Schön gespiegelt. Mein anderes Ich springt jetzt auf die andere Seite. Wahrscheinlich. Na, das ist ja herrlich. War eigentlich. Sprich. Na, dann halt nicht. Dann halt nicht. Na gut. Aber ich würde sagen, das war Tomb Raider. Tomb Raider Anniversary für heute. Wir sind wieder weit gekommen. Geht tatsächlich. Das muss ich mal ausprobieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir nach deinem Arsch treten. Vielleicht. Mal gucken. Ich bring mich jetzt noch ein bisschen selbst um. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Haha.